39. Stunde Doubles mit der Bassdrum oder auch springen lassen. Zuerst erübst du den Lehrstoff in 2A-Gruppen. Das heißt, du verwendest zwei 16. Gruppen, wobei die erste davon die notierte ist. Folgend spielst du einen ganzen Takt 16. Noten. Diese Notation fügst du in irgendeine Zähleinheit ein. Du kannst sie aber auch nur auf der 1 spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bereichere das Ganze mit Doubles auf den Händen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017